Mein Name ist Mario. Ich arbeite hier in der BMW Niederlasken-Leipzig als Fahrzeuglackierer. Ich habe 1996 meine Ausbildung hier angefangen, bin jetzt mittlerweile Meister und bin verantwortlich für die A2B-Ausbildung. Der Beruf des Fahrzeuglackierers ist spannend, knifflig und anspruchsvoll. Man braucht ein gewisses Fingerspitzengefühl für Oberflächen und natürlich ein gutes Auge für die Farbe. Bewerber als Lackierer sollten interessiert sein an Autos, an Farben und natürlich auch an der gesamten Technologie, die dahinter steckt mit Lackaufbau, Oberflächen, Glanz. Die Arbeit hier bei BMW ist sehr anspruchsvoll, spannend und sehr abwechslungsreich. Die Zusammenarbeit mit den Azubis ist sehr familiär. Es macht Spaß, diese jungen Menschen zu sehen, wie sie sich entwickeln und was aus ihnen dann wird.